Hier ist die Station, hier gibt es Eistee, Lemon, Orange Suicide, It's for free, da kann man kostenlos den ganzen Tag trinken. Hier ist die Kaffeestation, Coffee, Hot Water und hier ist noch die Teestation, hier kann man Tee trinken, den ganzen Tag, was man mag, das ist echt schön.